Kommen wir nun zum vorletzten Teilnehmer des heutigen Abends, das Finale des Alpenraumtri. Ihr wisst schon wer? Die Kärtner-Triologie aus Österreich. Sie haben sich das Lied Baboom und SOS ausgesucht und es bis hierher nach Meran ins Finale geschafft. Ein Arrangement von Team Musiker und Hans Greiner. Unsere Startnummer 20 aus Österreich. Samstag in der Disco, kurz vor Mitternacht. Hast du mich beim Tanzen so lieb angelacht? Dann noch der Martini an der kleinen Bar und zum Schluss ein Kuss, wo folgendes geschah. Baboom und SOS, hörst du die Signale? Mein Herz ist voll im Stress und mein Puls ein Nachtexpress. Baboom und SOS, wann kommt das Finale? Heute sind wir zwei allein, denn nichts kann schöner sein. Na 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 na, na 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 na. Tage sind vergangen, wir zwei waren getrennt. Dann kam dieser Anruf, ob das Herz noch brennt. Baboom und SOS, wollte ich gerne sagen, komm doch her zu mir. Doch mir fehlt der Mut, drum sagte ich zu dir. Baboom und SOS, hörst du die Signale? Mein Herz ist voll im Stress und mein Puls ein Nachtexpress. Baboom und SOS, wann kommt das Finale? Heute sind wir zwei allein, denn nichts kann schöner sein. Früh und drei an der Tür klingelt es, du stehst vor mir. Und mein kleines Herz, das sagt zu dir. Baboom und SOS, wann kommt das Finale? Heute sind wir zwei allein, denn nichts kann schöner sein. Baboom und SOS, nun kommt das Finale, denn nun sind wir allein und nichts kann schöner sein. Denn nun sind wir allein und nichts kann schöner sein.